Hallo liebe Deutschlerner, ich bin Gisela, das ist Jermen. Wir sind Gisela und Jermen. Heute geht es bei uns um Das-Sätze. Mit einem Das-Satz kann ich auch eine Meinung ausdrücken, ich denke, das, oder ein Wissen, ich weiß, das, oder zum Beispiel einen Vorschlag. Ich schlage vor, dass wir einen Ausflug machen. Herzlich willkommen und herzlich willkommen zum Thema. Wir haben heute eine neue Ausflugung. Wir haben heute einen Ausflug zu sprechen, eine Art, die das-Satz ist. Und das ist die Annelnende. Ich bin so ein Wissen, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich daran schläge, dass ich mich daran anbelangt, dass ich mich daran schläge. Ich bin so ein Wissen, dass ich mich daran schläge. Hallo, hast du schon gehört, dass Amina ein Baby bekommen hat? Was? Ich wusste gar nicht, dass sie schwanger war. Doch, und jetzt hat sie eine Tochter, sie heißt Miriam. Das ist ja interessant. Ich weiß, dass ihre Mutter auch Miriam heißt. Wie alt ist das Baby jetzt? Ich weiß es nicht so genau. Ich denke, dass es so vier Wochen alt ist. Schön, dass junges Leben in unser Haus kommt. Ja, schon. Aber manchmal finde ich, dass es so laut ist. Und ich wünsche mir, dass hier kein Baby wohnen würde. Ach was! Du weißt doch, dass Kinder so schnell groß werden. Ich hoffe, dass du recht hast. Tschüss! Nein, ich weiß, dass die Männer im Prinzip gibt. Aber man kann da hintenождения sein. Wissen. 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 F am Geborgen. Wissen. 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 Ja, für alles werden wir noch Beispiele machen. Wie bei allen Nebensätzen steht das Verb am Ende. Ich glaube, dass am Morgen kommt. Kommt ist das Verb und steht am Ende. Jetzt einige Beispiele. Ich finde, dass wir in einer schönen Stadt wohnen. Sie behauptet, dass sie nicht gelogen hat. Sie behauptet, sie sagt, aber wir wissen nicht, ob das wirklich stimmt oder nicht. Ich bin der Meinung, dass wir alle zusammenhalten sollen. Ich glaube, dass er ein guter Mensch ist. Wir vermuten, dass der Unfall am Abend passiert ist. Ich denke, dass Alina den Test bestehen kann. Alle meinen, dass wir das im Internet billiger bekommen können. Er nimmt an, dass wir mit dem Auto fahren. Aber wir nehmen den Zug. Ich gehe davon aus, dass... Ich gehe davon aus, dass Regina auch zum Treffen kommt. Ich muss sie dringend sprechen. Ich muss sie dringend sprechen. Ich muss sie dringend sprechen. Im Hauptsatz kann ein Verb stehen. Ich denke, ich vermute, ich weiß. Ich kann meine Meinung mit einem Adjektiv ausdrücken. Ich kann meine Meinung ausdrücken. Gut, oder schön oder toll. In der Zeitpunkt ist es sehr schön, 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 toll, sehr gut, und das ist wirklich sehr gut. Als nächstes Beispiel. Gut, dass du da bist, ich brauche deine Hilfe. Gut, sehr gut, dass wir uns heute treffen. Ich freue mich. Unglaublich, dass Walther schon 60 Jahre alt ist. Ich hätte ihn so auf 50 geschätzt. Schrecklich, dass mein Nachbar gestorben ist. Er war jung. Ich habe das Gefühl, dass du schon mit der Aufgabe fertig bist. Verrückt, dass wir uns heute treffen. So zufällig. Ja, von den Jungen, die wir heute haben gesagt haben, ja, Lachl und Musadfa. Wichtig, dass. Wichtig, dass. Wichtig, dass. Wichtig, dass du viel Wasser trinkst. Wichtig, dass du viel Wasser trinkst. Toll, dass. Räib, ja. Wichtig, dass du an mein Geburtstag gedacht hast. Wichtig, dass. Wichtig, dass ich meine Brille vergessen habe, ich kann nicht gut sehen. Adjektive können allein stehen, dann sind sie natürlich kein Satz, schrecklich, schön, toll, als Einleitung für einen Das-Satz. Oder sie können auch ein bisschen eingekleidet sein in einem Satz, es ist schrecklich oder ich finde es schrecklich. Es ist schrecklich, dass der Unfall passiert ist. Ich finde es schrecklich, dass der Unfall passiert ist. Es ist schrecklich, dass ihr gekommen seid. Wir finden es schön, dass ihr gekommen seid. Toll, dass es doch geklappt hat. Es ist toll, dass es doch geklappt hat. Ich finde es toll, dass es doch geklappt hat. Ja. Jetzt das Adjektiv wahrscheinlich, das muss im Satz stehen, das kann nicht allein einen Das-Satz einleiten. Es ist wahrscheinlich, dass alle Kinder mitspielen wollen. Es ist unwahrscheinlich, dass... Es ist unwahrscheinlich, dass... Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Politiker wiedergewählt wird. Er war nicht beliebt. Es ist unwahrscheinlich, dass der Kurs am 1.9. anfängt. Ich weiß genau, dass der Kurs am 1.1. anfängt. Ich bin sicher, dass dieser Weg nach Sausenheim führt. Ich bin sicher, dass. Ich bin sicher, dass. Ich bin sicher, dass dieser Weg nach Sausenheim geht. Sie hat vergessen, dass die Kinder heute keine Schule haben. Sie hat vergessen, dass die Kinder keine Schule haben. Wir wussten nicht, dass wir den Antrag bis Monatsende abgeben müssen. Ja, soviel für heute und im nächsten Video werden wir noch andere Beispiele für das Sätze bringen. Das sind Einleitungssätze, Gefühle, Versprechen und sprechen über Vorhergesagtes. Das heißt, wir sprechen über Vorhergesagtes, Gefühle, Versprechen, Wad, Wad oder Wad oder Wad oder Wad. Das war's für heute. Ich hoffe, dass das Video Ihnen gefallen hat oder euch gefallen hat. Ich denke, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk